Der zweite Schultag ist angebrochen, Leute, und ich freu mich riesig. Jetzt steht der neuen Freundschaft aber wirklich überhaupt gar nichts mehr im Weg. Los geht's. Ach, das ist, äh, äh, Null, Herr Pumpernickel. Null, ähm, genau wie Lea, die ist auch eine Null. Was? Hey, guten Morgen, Leute. Es ist mal wieder ein neuer Tag angebrochen. Und ich hoffe so sehr, dass ich heute endlich Freunde in der Schule finde. Also, gestern war das ja eher, äh, sagen wir mal, äh, durchwachsen. So gut ist es ja tatsächlich nicht gelaufen. Ich war einfach zu spät in der Schule und deshalb konnte ich dann leider niemanden mehr kennenlernen. Aber vielleicht wird das ja heute was. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Puh, also, ich brauche auf jeden Fall meine Schulbücher. Die hat mir, naja, der Herr Pumpernickel gestern schon mitgegeben. Das ist echt ein ganz schön komischer Typ, muss ich sagen. Ähm, naja, so, meine Bücher habe ich. Oh, ich muss noch was für mein Essensgeld mitnehmen. Hey, Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Weil das Essen in der Schule kostet seltsamerweise Geld. Ich verstehe zwar nicht so richtig, warum, weil eigentlich bezahlen wir doch schon dafür, dass wir die Schule gehen dürfen. Und dann muss ich auch noch Geld für das Essen dort bezahlen. Hm, naja, egal. Okay, dann würde ich sagen, geht's los. Der zweite Schultag ist angebrochen, Leute. Und ich freue mich riesig. Oh, ich muss noch, schon wieder vergessen, ich muss doch unbedingt vorher noch Zähne putzen. Sonst kann das ja gar nichts werden mit den Freunden. Okay. Jetzt steht der neuen Freundschaft aber wirklich überhaupt gar nichts mehr im Weg. Los geht's. Ciao, Mama, ciao, Papa. Oh, ihr habt die Tür zugeschlossen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Warum kann ich mir denn nicht einfach mal eine Karte kaufen? Dann würde ich mich vielleicht ein bisschen besser orientieren können. Lea, du kriegst das schon hin. Du musst einfach nur in die Schule gehen. Das kann nicht so schwer sein. Jeder andere hier in Brookhaven kriegt das auch hin. Also kriegst du das auch hin. Da ist das Krankenhaus und die Schule war in der Nähe vom Krankenhaus, hat meine Mama gesagt. Und sie hat gesagt, das ist eine gute Sache, weil wenn in der Schule was passiert, dann ist das Krankenhaus nie weit weg. Hier lang vielleicht? Ja, da bin ich auch gestern lang gelaufen, aber das war der falsche Weg. Deshalb sollte ich heute unbedingt mal hier lang laufen. Ja, ich hab's geschafft und das mit nur einmal verlaufen. Okay, du nimmst jetzt deinen ganzen Mut zusammen, Lea, und dann gehst du einfach in die Klasse und du bist, wie du sonst auch immer bist, sehr lieb und nett und zuvorkommend. Oh, es geht, glaube ich, schon los. Oh, es klingelt. Ah, wenn das mal nicht die Lea ist. Ellen, zu den guten Morgen, Lea. Setz dich ruhig. Wir haben hier noch einen Platz frei. Ah, hi, guten Morgen. Okay, dann setz ich mich da mal hin. Na klar. Hi, ich bin Lea. Hey, warum konnte die ja zu spät kommen? Immer wenn ich zu spät komme, dann kriege ich direkt Ärger und der wird das erlaubt, oder was? Nein, 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 Ronny. Also, bei dir hab ich bisher auch nie was gesagt. Du kommst jedes Mal zu spät und die Lea, die ist neu. Und da sollten wir immer nett und freundlich sein. Deswegen, Lucy, Ronny und Sally, bitte seid nett zu der Lea. Klar, wir werden auf jeden Fall nett sein. Hi, wie heißt du denn? Ähm, ich bin Sally. Hi. Und du bist? Ich bin Lea. Du hast echt coole Haare, Sally. Mhm, danke. Ähm, weißt du, eigentlich bin ich nicht so wirklich froh, dass du hier neben mir sitzt. Okay. Warum sitzt hier sonst jemand anderes? Es tut mir leid, dann gehe ich weg. Ich kann noch einen anderen Platz nehmen. Ja, du kannst mal Herr Huber mit Pumperneckel fragen. Ich weiß nicht, ob der das dir erlaubt, aber eigentlich bin ich nicht wirklich froh damit. Oh, okay. Ähm, das tut mir natürlich leid. Ähm, und seid ihr befreundet hier in der Klasse? In der Klasse? Ja. Ja, äh, ich bin mit befreundet mit ein paar Leuten, aber nicht mit der ganzen Klasse, nein. Oh, okay. Und vor allem nicht mit dir. Oh. Okay. Alles klar, das ist ja gar nicht unangenehm. Äh, ja, dann höre ich mir mal weiter den Matheunterricht an, wahrscheinlich. Also Leute, äh, ich würde gerne heute mit euch einige Aufgaben im Kopf rechnen. Denn Kopf rechnen ist mindestens genauso viel wichtig, wie das Aufgaben im Schriftlichen. Und dafür habe ich heute schon eine ganz schön knifflige Kör Knopfnuss an die Tafel geschrieben. Und die lautet folgendermaßen. Äh, was ist... Äh, Herr Pumpernickel, das heißt Kopfnuss. Äh. Nicht Knopfnuss. Äh, 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 äh. Lea, ich bitte, dass du jetzt gerade mich aussprechen lässt, denn ich bin hier der Lehrer. Also. Entschuldigung. Also, das verbitte ich mir, aber. Äh, also, wir haben hier 10 minus 10. Wer möchte denn... Ich weiß es. Bitte, zehn. Ich. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Okay, ähm. Genau, weiß sie das. Okay, du bist aber ein bisschen eifrig. Na gut, finde ich gut. Äh, was ist denn die Lösung für 10 minus 10? Äh, 10 minus 10 ist 20. Äh, bitte, ich habe dich nicht gefasst, Lea. Kannst du das nochmal wiederholen? 20. Ganz eindeutig. 10 minus 10 ist doch ganz klar 20. Äh, nein. Äh, bist du denn jetzt wirklich... Also, ich glaube, du bist noch nicht ganz wach. Also, das ist nicht ganz richtig. Äh, möchte denn vielleicht jemand anderes die Lösung sagen? Boah, das ist so peinlich. So peinlich für die. Äh, nur gut. Also, wenn jemand anderes möchte, dann muss ich wohl jemanden rannehmen. Äh. Äh, dann nehme ich mal jemanden dran, der sonst sowieso nie aufzeigt. Äh, äh, Ronny, du da hinten. Äh, komm mal nach vorne. Du solltest das jetzt mal bitte an der Tafel rechnen. Äh, was? Muss ich das jetzt wirklich an der Tafel rechnen, oder was? Ah, gut, okay. Äh, 10 minus 10. Naja, also, ich bin jetzt wirklich nicht gut im Kopfrechnen. Äh. Äh. 10 minus 10, Moment. Ach, das ist, äh, äh, Null, Herr Pumpernickel. Null, äh, genau wie Lea. Die ist auch eine Null. Äh, 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 also, diesen Kommentar, den hättest du dir echt verkneifen können, Ronny. Das finde ich nicht gut. Aber zumindest war die, äh, Rechnung richtig. Äh, 10 minus 10 ist tatsächlich Null. Ich glaube, ich verstecke mich einfach hinter meinem Buch. Sehr gut gemacht, Ronny. Sehr gut gemacht. Also, ich muss sagen, dass an der Tafel das halt vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, deswegen bitte ich euch, dass wir jetzt mal an die nächste Aufgabe rechnen. So, das sollte jetzt bestimmt eine gute Aufgabe sein. Ähm, Lea, da ist jetzt die nächste Möglichkeit, dass du dich beweisen kannst. Was ist denn 2 plus 3? Ähm, muss ich dafür vor an die Tafel? Ja, tatsächlich, du musst an die Tafel. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Puh, okay. Ähm, 2 plus 3 ist, äh. Oh Mann, das ist jetzt die perfekte Gelegenheit, um die mit meinem Apfel aufzuwerfen. Und abgeworfen. Au! Ah, Mann. Ähm, au. Ähm, das war bestimmt auch so ein Problem mit dem Apfel. Äh, Ronny, hast du da gerade wirklich einen Apfel geworfen? Äh, also ich hoffe, du wolltest du sie nur in den Papiereimer werfen und nicht deine Mitschülerin abwerfen damit. Also, das verbitte ich mir aber wirklich. Also, äh, wenn das normal passiert, dann gibt's jetzt wirklich ein Donnerwetter. Äh, ich hab's gut gemacht, Ronny, ich hab's gut gemacht. Äh, 2 plus 3 ist... Acht! Äh. Äh, ich glaub, ich setz mich einfach wieder hin. Vielleicht kann Sally ja die Aufgabe lösen. Na gut, okay, du bist schon mal ein bisschen züchtert. Okay. Äh, Sally, möchtest du vielleicht für deine tolle Mitschülerin die Aufgabe übernehmen? Ach, gerne. Gerne. Ich kann das ja sehr gut. Ähm, ja, Leute. Und Lea, du musst auch noch wissen. Ähm, 2 plus 3 ist tatsächlich nicht 8, sondern 5. Tadaa, perfekt, bingo. Das ist die volle Punkt für Sally. Also, äh, Lea, ich muss wirklich sagen, diese Aufgabe, die Worte tatsächlich nicht ganz so schwierig. Also, wenn du nicht mal das rechnen kannst, dann musst du da wirklich ziemlich viel zu Hause nachholen. Oder du musst vielleicht mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern ein bisschen zu Hause lernen oder hier in der Schule. Oh, es klingelt, der Unterricht ist vorbei. Das ist ja ganz großartig. Äh, tschüss, Herr Pumpernicke. Ähm, Sally macht hier jetzt Pause. Ähm, ja, wir machen Pause. Wo macht ihr denn immer Pause? Äh, draußen, na klar. Auf dem Schulhof. Oh, okay. Äh, okay. Komm, jetzt lass uns hier keine Wurzeln schaken. Lass uns jetzt endlich nach draußen, Sally. Ja, komm. Hi, willst du vielleicht mit mir, mit mir reden und Pause machen? Äh. Du bist auch nicht so gesprächig. Äh, meinst du mich? Meinst du mich? Also, also, ich, äh, ich gehöre auch zu der Clique. Ich muss hier auch, äh, nein, ich hab keine Zeit, um mit dir Zeit zu verbringen. Nein, 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 nein. Okay, ähm, die anderen haben ja eigentlich gesagt, dass sie draußen Pause machen, aber da war jetzt niemand, deshalb gehe ich mal nach oben. Ah, da sind sie ja alle. Oh, nee, oder? Da ist ja diese Lea schon wieder. Äh, wir hatten ja doch gesagt, dass wir draußen Pause machen. Äh, wieso hast du denn uns denn jetzt hier gefunden? Oh, Mist. Äh, ich hol mir was zu essen und dann komm ich wieder. Die müssen mich bestimmt erst kennenlernen. So, äh, ich glaub, ich möchte heute ein Stück Pizza essen. Und auf geht's in die Pause. Äh, Lea, äh, hier ist kein besetzt. Die brauchen Platz, äh, für wen denn? Äh, für meinen unsichtbaren Freund. Der, äh, der ist gerade hier. Okay. Oh, diese Lea. Diese Lea schon hier, Manni. Ich kann, ich kann sie nicht leiten. Ah, zum Glück hat jemand das Licht ausgemacht. Dann muss ich diese Lea nicht sehen. Ach, stimmt. Wow, danke. Können wir das Licht vielleicht wieder anmachen? Ich seh mein Essen gar nicht. Ah, na gut, meinetwegen. So, zufrieden? Oder willst du jetzt hier noch weiter rummeckern? Also, dafür, dass du jetzt erst hier, äh, das erste Mal hier bist, hast du aber ziemlich hohe Ansprüche. Ich hab das gar nicht so gemeint eigentlich. Und was macht ihr sonst so in eurer Freizeit? Kann ich, also, könnt ihr irgendwas empfehlen? Ich bin noch relativ neu in Brookhaven. Also, am liebsten mach ich in meiner Zeit Freizeit, äh, warte kurz. Ich hab da ein Lieblingshobby, nämlich, äh, Zeit ohne dich verbringen. Okay, cool. Und Sally, du so? Ach, ja, ähm, ich übe ja so gerne. Ich bin so oft zu Hause und mache meine Hausaufgaben. Ähm, bestimmt so wie du, oder? Das tust du doch auch, ne? Ähm, ja, klar, mache ich viele Hausaufgaben und so. Sollte man ja auch, oder? Na klar, für dich schon. Du brauchst es auf jeden Fall. Hey, Lea, weißt du was? Wow. Ja, was? Äh, weißt du was? Äh, das war nicht so gemeint. Ich bin eigentlich gar nicht so fies. Äh, hier, möchtest du was von meiner Chipstüte? Oh, total gerne, Lea. Äh, Spaß! Natürlich kriegst du nichts von meiner Chipstüte. Denkst du wirklich, ich kipp dir was ab? Hehehe. Okay. Ich würde dann einfach mal... Ja, ich... Geh dann jetzt mal... Macht ruhig weiter. Oh, ja, das machen wir. Ach, schön, endlich, Ruhe. Oh Mann, was war das denn für ein totales Mega-Desaster? Ich glaube, ich versuche jetzt mal den restlichen Tag noch rumzubringen und dann hoffe ich einfach, dass ich bald nach Hause kann. Das ist ja ein witziges Video. Oh, nein, ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich muss Hausaufgaben machen. Also, das war halt echt nicht so ein guter erster Tag. Das ging eigentlich eher so weiter, wie es in der anderen Schule aufgehört hat. Aber vielleicht tauen die anderen ja noch auf und dann kommt raus, dass wir beste Freunde werden oder so. Lea, Mäuschen, kannst du bitte jetzt gleich mal den Kuchen für die Nachbarn rüberbringen? Mama, ich mache gerade Hausaufgaben. Es geht gerade nicht. Doch, Mäuschen. Geh mal bitte jetzt und bring den Kuchen rüber. Ich habe den gerade frisch gebacken. Hausaufgaben, kannst du bitte später weitermachen? Okay. Also, Mama, der Kuchen sieht besser aus als mein Geburtstagskuchen. Ich bring das jetzt mal rüber zu den Nachbarn bis später. Okay, dann klingle ich mal. Oh, wie sieht das hier aus? Lecker Eis. Hallo? Hallo? Okay, da ist jemand an der Tür. Ich komme dann mal... Oh. Oh. Ha. Was machst du denn hier? Hi, Sally. Hi. Woher weißt du mal, wo ich wohne? Was willst du von mir? Ich wusste nicht, dass du hier wohnst. Wir sind anscheinend Nachbarn und... Wie soll ich sagen? Meine Mama hat einen Kuchen gebacken für euch, weil wir sind hier relativ frisch hergezogen. Und ich dachte, vielleicht freut ihr euch. Kuchen? Äh... Joa. Klar. Kann ich nehmen. Ähm... Das finde ich... Das finde ich zwar sehr komisch, dass du auf jeden Fall hier auch wohnst, dass... Ähm... Aber okay. Ähm... Ja, danke. Aber komm nie wieder zu mir, bitte. Äh... Okay. Dann komme ich wohl nie wieder zu dir. Aber gib mir meinen Kuchen. Äh... Okay. Okay. Nimm den blöden Kuchen. Viel Spaß damit. Äh... Ja. Ja, dann guten Hunger. Äh, lasst ihn euch schmecken. Der ist mit, äh... Erdbeer-Creme-Füllung und so. Dankeschön. Vielleicht kann ich ja mit reinkommen und den Kuchen mitessen. Äh... Nicht heute, würden wir mal so sagen. Okay. Ja, dann... Bye-bye. Nee, dankeschön. Oh. Okay. Oh Mann, warum muss gerade die denn mir gegenüber wohnen? Ich dachte, vielleicht finde ich da jetzt noch irgendwen, mit dem ich mich gut verstehe. Aber... Gerade die echt jetzt... Vielleicht haben wir uns auch einfach nur auf dem falschen Fuß erwischt. Vielleicht hatte sie auch einfach nur schlechte Laune und eigentlich könnten wir beste Freunde sein. Ich probiere es morgen einfach nochmal. Das war ein echter Reinfall für den ersten Tag. Naja. Ciao. Boah, ey, schießt da gerade echt einer rum? Ja. Das ist okay, ey. Das ist okay. Mit einer weißen Rabenmaske. Was ist das, ey? Ich habe immer so ein bisschen... Der erste Unterricht. Ähm... Ich kenne es nicht. Das ist mir nicht schlecht. Jetzt chill doch mal deine Bails. So, komm, ich trage sie. Will ich dich tragen? Komm, ich würde dich gern tragen. So, komm mit, Kollege. Ich trage sie jetzt. Ich trage sie. Ich trage sie. Ich trage sie, ich trage. Ich trage sie.